Hallo zusammen und jetzt willkommen zurück zu einer neuen Runde Fallout 4 Ja, ich habe jetzt rausgefunden, wie man Leuten eine Aufgabe zuteilt Und das zeige ich euch jetzt mal eben, ich muss mal eben hier raus Wo ist er denn? Ich hatte eigentlich hier einen Wachposten befehligt Deshalb, ich mache nochmal kurz das Baumenü auf Wo ist denn der Kollege Brat, wo ist jetzt hin hier? Wo ist er denn? Der, der sich die ganze Zeit beschwert hat, hat er hier keine Aufgabe Hier, Jun Long, den habe ich jetzt mit E ausgewählt Und jetzt gehe ich mal da hin, wo er hin soll Und er soll dann quasi hier auf diesen Wachposten Dann gehe ich jetzt quasi hin, drücke ich einmal mit E drauf Und dann müsste der jetzt eigentlich zugewiesen sein Weil hier sind ja auch schon zwei Leute dran Und da muss man mal gucken, wie die sich da jetzt schlagen da vorne So, ich sammle mir erstmal noch ein bisschen hier den Schutz zusammen Martino, so ein Holz ist auch nochmal 30 Ne, da sage ich natürlich nicht nein Und vielleicht mache ich heute mal so ein bisschen Ich würde eigentlich gerne noch ein paar Ressourcen bauen Aber da habe ich natürlich extrem wenig Und ich glaube, es wäre das Beste, wenn ich jetzt mal leer mache Und dann erstmal wieder ab ins Wasteland Hier oben habe ich natürlich auch Ich habe mal die Kochstelle vorhin versetzt noch, offscreen Also, das muss ja nicht da draußen rumstehen So, Möbel Behälter Was haben wir denn hier Schönes? Vielleicht hier mal so ein paar coole Kisten oder so So richtig fette Kisten Metallkiste Hier ein Schreibtisch Gibt es hier keine richtig dicken Kisten? Ich finde ja sowas geil hier irgendwie, ne? Ähm Okay Wo packen wir da den Kram denn am besten mal hin? Erstmal packen wir jetzt hier so ein paar Kisten hin So Damit ich mal irgendwo meinen Scheiß lagern kann, ne? Okay, mal Geh doch da hin jetzt So, Dankeschön Ach Ich vergesse immer, dass ich hier im Baumenü bin Wisst ihr das? So, raus aus dem Baumenü Überseekoffer Und dann gucken wir doch mal, was ich hier mal reinpacken kann Das kann ich da reinpacken Baumwollgarten Benzinkanister Bierflasche Biometrischer Scanner Wolle ich auch nicht So Eichhörnchen ein bisschen Ne Aber Blutpaket ist nochmal Und Buffout packe ich nicht hier rein Äpfel auch nicht Hier packe ich erstmal alles rein Was jetzt nicht so wirklich Was mit Essen oder so zu tun hat, ne? Blöde Fliege hier wieder So Gewinnet Brew Lager Vier leere Flaschen H-Klammer nicht Impro Gewehr Impro Pistole Ne, das packe ich woanders hin Leuchtfackel Flüssigstickstoff Spender Mr. Handy Treibstoff Den kann ich mal hier rein tun Plastikschale auch Schmutziges Wasser Ja, das ist ja praktisch, ne? Aber eigentlich müsste ich auch noch irgendjemanden da unten mal zuweisen An dem Wasserteil, weil ich aufgebaut hab So, aber Stange Zigaretten kann ich hier lassen Spielzeugauto Silbermeldeion Silbergabel Sowieso Silbertafelmesser Verstellbarer Schraubenschlüssel Brauch ich auch nicht Ah, ne Wahrnehmungswackelpuppe Kann ich natürlich jetzt nicht hier raus tun, ne? Ähm Okay Zahnrad Oh, muss ich eigentlich mal irgendwie wieder was essen oder so? Bestimmt, ne? So, was haben wir denn hier? Eingelegtes Fleisch Mh Lecker, lecker, lecker Eichhörnchen ein bisschen Das ist doch gut Und dann nehmen wir mal ein bisschen Red Eggs Werde ich jetzt wieder nach und nach voll? Müsste ich eigentlich, ne? Plus ein Rad Buff Out Nehmen wir auch nochmal Dann haben wir hier Schrott Das ist halt wirklich Schrott oder was? Komponentenansicht Aha Ach so Kann ich die auch zerlegen oder was? Muss ich das dann nur hinwerfen und zerlegen? Ist ja schön, dass ich den untersuchen kann Was ist das hier? Flüssig Stickstoff Spender Hä Was das Untersuchen mir jetzt bringen soll Das verstehe ich aber auch nicht so ganz, ey Okay, heute haben wir einen Motz hier noch Kurzer Lauf Standard Visier Ja, ähm Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Wie voll bin ich denn? Trefferpunkte Wo sehe ich denn hier? Wie viel ich tragen kann? Wie viel Gewicht ich hab? Das wär mal schön Irgendwo muss man das doch hier sehen Ihm geht's anscheinend ringsherum gut Deshalb, ich würd sagen Äh, ich pack jetzt erstmal hier noch so ein bisschen Rüstung und so ein Kram rein Was ich noch so hab Impro Gewehr Impro Revolver Kurzer Lauf Impro Revolver Kurzer Lauf Impro Gewehr Standard Visier Lassen wir mal dabei Sonst so viele Waffen Hab ich ja gar nicht Aber vielleicht könnte ich ja mal hier noch Eben bevor ich gehe Noch ein paar verteilen So, ist jetzt eigentlich irgendjemand hier vorne Auf den Wachposten anzutreffen? Natürlich nicht Weißt du? Warum denn nicht? Muss ich das irgendwie halten? Damit ihr da auch tatsächlich hingeht? Verstehe ich nicht So, dann nehm ich nochmal kurz das Baumenü Ne, kurzer Baumenü So Du, ne? Du machst das Oh Und das kannst du dir alles mal ein bisschen näher aneinander hier pflanzen Du Opfer, ne? Aber die hat's jetzt sofort gemacht auch Warum ist er denn da so ein scheiß Gammler? So, den befehle ich Jetzt versuchen wir nochmal ihn hier irgendwo anders hinzusetzen Vielleicht da unten an die An die Wasseraufbereitung Äh Weil wir haben halt auch kein Wasser, ne? Das müssen wir auf jeden Fall als nächstes in den Griff kriegen Bevor wir die hier alle verrecken, so, ne? Okay, die Wasseraufbereitung Aber die läuft nicht ohne den Dingens, ne? Benötigt zwei Leute Hm Okay, das macht er schon mal nicht Hm, ne Wegnehmen wollte ich das eigentlich auch nicht Ja, Wasseraufbereitung Das ist natürlich jetzt schlecht Gibt's denn da noch andere Wasseraufbereitungsmöglichkeiten? Wasser Wasserpumpe Dazu bräuchte ich den Zahnrad Dazu bräuchte ich Kupfer Ne, also ich werd's jetzt so machen Ich werd mich jetzt erstmal wieder Boah, geh doch da raus aus dem Kackmenü, ey Okay, ich werd mich jetzt erstmal wieder verpissen Hier, mal gucken, was so geht Äh, und hier guck ich jetzt auch nochmal Was ist denn jetzt hier los? Jetzt ist auf einmal mein Fullscreen weg Hä Versteh ich nicht Und ich hab grad irgendeine Message hier bekommen So, äh SF halten die Lampe an? Oder war Tab halten die Lampe an aus? Versteh ich nicht so ganz Aber egal Äh, probier ich jetzt mal gleich nochmal aus Wenn ich hier irgendwo anders bin Und ich geh jetzt erstmal hier Hab ich noch nicht entdeckt Okay, Diamond City Gehen wir doch erstmal hier rüber Und gucken mal Ob wir da nicht denen helfen können Erstmal die erste Quest Die ich ja noch hatte da In der Nähe Die ganzen Raider-Killen Ne, und das Machen, das mach ich jetzt Also, das, äh Liegt mir voll und ganz Äh Halt welchen in den Kopf schießen So, ne Ich find ja, die mag das ja Ne, also Und hoffentlich ist jetzt Mein Hund auch mitgekommen Weil der Sorgt immer schön für Ablenkung So Äh Äh, 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 äh Hier sind wir Wohin muss ich denn als nächstes? Ich muss in diese Richtung Ist das auch die richtige Grobe Richtung? Ja Ist das ein Kupferzaun hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Ihr Penner So, aber Wie krieg ich denn jetzt Die scheiß Taschenlampe aus? Wie war denn die Taschenlampe? Alter, muss ich halt jetzt Ernsthaft nachgucken? Äh Schauen wir mal So, Taschenlampe Pip-Boy Eigentlich ist das doch Tab halten oder nicht? Danke Geht doch Kann ich hier auch ins Baumenü? Kann ich hier noch Sachen? Ne, muss ich mir erst Irgendwie aneignen Dass das Gebiet mir gehört Erst dann darf ich da auch Bäume schlagen So, was haben wir denn hier? Haben wir irgendwelche Leute Rumhängen? Ist doch eigentlich ganz gut Dann konzentriert man sich Nämlich nicht Beim Sammeln permanent Oder beim Rumlaufen Permanent hier Auf Auf das Sammeln von Von Ressourcen, ne? Wenn man hier draußen an ist Dann soll man sich ja auch Ein bisschen der Story hingeben, ne? Okay Aber auf welche Seite Muss ich denn hier? Ne, ich muss auf meiner Seite Bleiben Das ist schon mal nett Dann gucken wir doch mal Was hier auf uns so wartet, ne? Ja Ist eine große Stadt Habe ja schon so ein bisschen Respekt vor Und ich habe Angst Ich will nicht da rein Ich will nicht die da rein Und die alle Ne, ich will die nicht alle umbringen Aber muss ich wohl Es sieht ja so aus, ne? Es sieht fast so aus Okay, wie weit ist das denn noch? Ich hätte ja gerne mal so eine Ich könnte mir ja eigentlich mal hier Eine Platzierung setzen Aber auch dann sehe ich nicht Wie weit das noch ist Das ist ja eine Panne Hier geht es irgendwo ab Ach du Scheiße Erstmal den Raider killen Hier Jetzt muss ich mit den anderen Noch fertig werden Da Ja Oh, wieso hat der nicht getroffen? Ja, ich mach die schon hier Oh, Mr. Summer Mr. Parker Mrs. Parker Mrs. Parker Sie haben sich aber verändert Seit wir uns das letzte Mal Am Sparkassenschalter gesehen haben Nein Oh, 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 oh Ach, da wird man doch immer verstrahlt Wenn die einen treffen Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, guck mal Pass mal auf Also ich nehme jetzt mal hier So, ne? Jetzt sollen sie doch mal kommen hier Ne, lass sie erst mal ein bisschen Die durchkommen Ja, schön weggeplatzt Triffst sie halt auch so schlecht Weil die sich merkwürdig Nervös Bewegen alle hier Aua, ja Ist ja gut Oh, Mr. Donoghue Ich bin verkrüppelt Ich bin nämlich verarschen aus Komm, lad nach Aua, 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 aua Meine Fresse, ey Sterben die denn auch mal? Das gibt es doch nicht Ist immer noch nicht tot? Mann, Mann, Mann Jetzt rennt der auch noch weg Oh, super Mutantenscharmützler Ne, ne, ne Das ist nicht das Richtige Ich muss erst mal kurz hier weg Erst mal kurz hier Ein bisschen Ja, da hat er nämlich direkt auf mich geworfen Dieser Schwanz, ey Okay Ich brauche mal eben kurz Ein bisschen Ein, äh Ein, ein Stimpack So Dann können wir mal direkt anfangen zu kurbeln hier Wo ist er denn? Da ist er Den habe ich doch schön getroffen Nochmal getroffen Aber so viel Schaden macht er dir jetzt nicht an ihm unbedingt, ne Wo ist er hin? Oh Gott, er ist weg Ah, da ist mein Hund Wo schießt der denn? Legendärer Supermutantenscharmützler Hab ich den jetzt getroffen? Den hätte ich natürlich schon gerne so Ähm, aber ich könnte eigentlich mal gucken Warte ich hier so an Habe ich nicht irgendwie Rohrbomben oder so? Diverses Ist das hier bei? Ne, 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 ne Das ist bei Hilfsmittel Warte haben wir hier Zuckerbomben Redaway Mantids Ne, Kleidung Waffen Ach, bei Waffen ist das glaube ich auch bei Ne, hier Splittergranate Hallo? Ach, ich muss ja mal kurbeln hier Warum muss ich mich erst echt dran gewöhnen an das doofe Gewehr hier? So, den haben wir schon mal getroffen Guck mal, der Hund nagt auch an ihm rum Ist ihm aber vollkommen schnuppe so Oh, der ist mutiert Was soll das denn? Oh, der hat gesessen Der hat richtig gut gesessen Boah, der auch? Jetzt schieße ich ihn mal richtig schön in die Fresse einfach Und da ist er tot Ja So, wo ist jetzt noch einer hier? Ich brauche jetzt erstmal ein Stimpack Äh 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 Boah, dass das aber auch hier bei Hilfsmittel irgendwo ist, ne So Und wo ist jetzt hier noch jemand? Ich brauche hier Hilfe Aber mehr kam dann auch nicht mehr, ne War er das? Ne Das ist alles nicht besser Aber das könnte ich natürlich mal meinen Leuten mitbringen Weil die brauchen ja auch mal irgendwie Bisschen was, ne So, Patronen Was hat er hier noch? Kron, Kork und Schraubenzieher Ist immer gut So Und dann gucken wir doch mal Was hier noch so auf uns lauert In dieser Kackstadt Aber dafür, dass er legendär war Wart er jetzt gar nicht so krass Boah, diese Fliege hier, ne So eine langsam fliegende Fliege Die mir immer fortgesicht Also Gut, dass die hier in der Welt alle tot sind Die scheiß Fliegen So Können wir uns doch jetzt endlich mal hier Ein bisschen weiter vorwagen Boah, diese Fliege Jetzt habe ich sie eben mit irgendwas getroffen Gleich, gleich haue ich sie kaputt, ey Weißt du, die wollen das ja gar nicht anders Diese scheiß Fliegen Da höre ich doch was Wie komme ich da hin? Ich will hier raus Aus diesem blöden Rondell hier Verpisst euch mal So, go, go, go Move, move, move Wo sind sie denn? Ich brauche natürlich auch noch ein paar Action Points zwischendurch mal, ne Wenn ich dann auch noch mal rennen muss So eine Ausdauer So Keiner hier Was hat denn? Jo, den kann ich mir eigentlich mal schön sichern Da ist doch bestimmt gut was zu holen, ne Äh Äh, 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 äh Dann nehme ich doch mal hier so eine doppelläufige Schroflinte Die ist ja ganz effektiv gegen so ein Vieh, glaube ich, ne Na komm Oh Gott Oh, da ist die Die Karawanenwache ist da Ach, so, tot Dann nehmen wir mal alles mit hier Und sein Brahmin ist jetzt da, ne Okay Er hat mich, glaube ich, noch nicht gesehen Deshalb nehme ich noch mal kurz hier Die Lasermuskete raus Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da hinten ist einer Jawohl, den habe ich getroffen Diamond City Sicherheit Aber war wahrscheinlich keine gute Idee, dass ich die jetzt angegriffen habe, ne Lass mal hin, ja Du kriegst auch Fresse, ja Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war, aber So, auch tot Ich töte hier einfach alle Oh nein, dann töten die mich einfach alle Diese Schwänze Oh, was ist das denn für ein Gewehr? Boah, bam Das hätte ich gerne Da hat sie doch Aber das Gewehr habe ich ja hinten rum, ne Ich baue ja nur so einen fetten Lauf für Ob das was bringt, da so Ja, so Kühlrippen anzuschweißen Aus Stahl Ich weiß ja nicht Also ich glaube, mach auf jeden Fall was her, das Ding, ne Und jetzt bin ich ja mal gespannt, von wo ich wieder starte Eigentlich müsste ich ja da starten, wo ich schnell gereist bin Wenn ich jetzt in der Stadt bin Und das Haus wieder weg ist, dann kriege ich einen Ausraster Aber dürfte eigentlich nicht sein Das, das, das kann nicht sein Oder? Oh, gut Das haben wir auf jeden Fall alles hier Dann kann ich ja jetzt nochmal da runter schnell reisen Oh Ja, aber ich habe den Habe ich den denn jetzt schon gefunden? Ne Muss ich wieder von hier laufen? Ja, stimmt Ich habe ihn ja im Prinzip noch nicht gefunden Das ist jetzt das Problem hier an der Geschichte Äh, aber ich will natürlich trotzdem wieder da rein Und mal gucken, ob die Überhaupt alle wirklich böse sind Weil ich habe ja dieses Ding da angeschossen Und ich weiß ja nicht, ob die sofort sauer sind, ne Aber ist natürlich schade Weil es ist natürlich der legendäre Supermutant Den muss ich jetzt entweder nochmal machen Oder ich habe die Loot verloren, die da drin ist So Dann, als allererstes Nehmen wir uns nochmal hier die Die Lasermuskete Kurbeln die schon mal ein bisschen auf So Wo muss ich jetzt hin? Ich muss in die grobe Richtung, ne Da war ja nicht viel Da kann ich ja diesmal ein bisschen mehr durchspoten Einfach Wo ist mein Hundi? Mein Hundi hier? Ah, da ist er Kommt einfach so aus dem Busch raus Der fiese Hund, der Gut, diesmal gehe ich aber glaube ich mal ein bisschen von hier aus Darüber Guck mal, was hat denn da zum Beispiel Getroffen habe ich? Nochmal getroffen Jawoll Wo kommt jetzt noch einer hier? Wo ist mein Hund? Ne, du mich nicht töten So, ich will natürlich auch schön den Kopf schießen Werdet der Hund den beschäftigt Da kann man natürlich auch gut machen, ne So, dann schlage ich den einfach kaputt So Den hätten wir doch schon mal weg hier, den Penner Wo ist jetzt hier noch was? Ist hier was im Wasser? Ne, oder? Ich wollte gerade sagen Was haben wir denn hier? Einen Hirnpilz Den nehmen wir doch mal mit Okay Gut Schade hat hier nicht Der Legendäre Hoffentlich ist der Legendäre auch noch irgendwo hier Natürlich schon cool, ne Aber wo war das denn gerade? Wahrscheinlich viel weiter in diese Richtung hier Da unten war das doch gerade Hier war noch Hier wurden doch gerade die Raider von den Viechern angegriffen, ne War das nicht so? So, ich verstecke mich jetzt erstmal hier Mal vorsichtig machen Wo bin ich denn gerade reingelaufen? Ich glaube ich bin gerade hier irgendwo durchgerannt, ne Machen wir natürlich schon ein bisschen nervös jetzt Dass hier keine Ghouls sind, ne Wo auch gerade hier so eine Riesentruppe war Hirnpilz Ob man den wohl essen kann, den Hirnpilz? Ist hier noch irgendwo irgendwas Spannendes drin? Wahrscheinlich eher nicht so, ne Aber machen wir mal auf Gucken wir mal, was hier noch so liegt Süßkuchen Ja lecker Voll geil Den würde ich auch tausendprozentig essen Flaschenkürbis Das ist doch gut Dann haben wir hier noch Zuckerbomben Cram Eine Kochplatte Aber sonst ist hier natürlich nicht viel zu holen, ne Hier schauen wir mal Oh, was haben wir denn hier? Komm Geht hier noch was? Leere Milchflaschen nur Die wollte ich eigentlich nicht haben Achso, genau Dann bin ich gerade hier rum Und hier hin Und hier war ja schon das Brahmin Da kam mir, glaube ich, entgegen Oder? War das hier? Ich glaube, ich bin hier gerade wesentlich schneller durchgerannt, ne Ach ja, genau da war das So, und jetzt mal Erst mal gucken, wer hier auf wen schießt Natürlich, ne Ich will ja jetzt nicht hier Mitten in so ein Feuergefecht reinkommen Weil die sind nämlich eigentlich grün Die Diamond City Sicherheit Helf dir mal ein bisschen Die sind ja wohl jetzt nicht angepisst auf mich oder so, ne Ach du Scheiße Boah Oh Gott Das regt noch ein Komm, Hundi, greif ihn an So, der ist tot Jetzt brauche ich erstmal ein Stimpack War das nochmal E? Ach ne, Stimpack ist nur so E dann Ja, tot ist er Er platzt einfach mal seinen Kopf Ja, ich bin mir mal so Emanuele Ja, ich bin mir mal so Emanuele